hallo herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft masterbilders mit dabei ist die liebe kiba dahinten und wir dachten uns mal malen uns wieder mal eine runde müssen anfangen mit roller coaster schon wieder nicht das was du letztes mal gebaut hast achterbahn eine achterbahn sind sensorschienen was ist der unterschied zwischen sensorschiene und aktive schienen antriebsschienen jetzt fliegen man ist das so gewohnt in irgendwelchen schienen ist doch wurscht oder was in der darm stehen so so Vielen Dank. 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 What the fuck is das? Das ist ein Mäh, oder? Also für mich ist das ein Mäh. Oh, das ist ein Mäh. Das ist ein Mäh. Das ist ein Mäh, weil er nicht fertig geworden ist, ist ein Mäh. Oh, das ist ein Mäh. 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 Das ist ein Mäh, oder? Das ist ein Mäh. 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 Das, ich weiß noch nicht, dass ich сеinchen. Ich hab jetzt zu viele Lorden draufgepackt. Aber vielleicht, ich habe nicht zu viele Lorden draufgepackt. Ich habe echt die Lorde nicht so verbinden können wie einen Zug. Weißt du, was ich meine? remembrance habe ich doch zu vieler Lorden draufgepackt. Was wollen wir jetzt machen? Ich habe eine geile Idee für eine Statue. Stimmt, das? Das? Ne, nicht das. Das? Hm, okay. Ich habe eine lustige Idee für eine Statue. Eine Statue. Nein, hallo. Wenn ihr mich jetzt noch öfters verklickt, dann schaffe ich es ja nie in der Zeit. Ja. In etwa klicken. Ach du Scheiße, das ist ein breites Ding. Hallo? Nein? Nein. 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 Nein, nein. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein wenig, du auch? Geht. Was? Ja, auch. Ja, fertig. Warum habe ich so einen Bug? Hallo? Hallo. Was für ein Bug? Wahrscheinlich waren irgendwelche andere voll die okay Sachen. Ich bin ja mal auf deines gespannt. Das sind Statuen? Das sind keine Statuen hier. Das ist eine Skulptur, oder? Also das ist für mich keine Statue. Das ist Kunst. Eine Statue ist ein Denkmal von einem... Das ist eine bizarre Kunst. Oh, der ist abgehauen. Ballett. Ähm, das ist... Der macht Ballett. Das ist ein Gut. Der macht Ballett, oder die macht Ballett. Glaube ich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das läuft cool aus. Für mich ist es gut. Ja, für mich war es auch gut. What the fuck? My eyes are bleeding. Äh, das ist ein Amazing. Ja, weißt du, er hat Haare hinten am Arsch. Und das explodiert nicht? Wahrscheinlich kriegt es ein Amazing von allen. Warte, nicht? Das ist ein bisschen klein. Ja, affin. Ist ein bisschen dünn auf den Beinen, aber das ist ein Gut. Das ist ein Gut. Was ist das? Das soll... Das soll... Das soll... Das soll... Das soll der Kater... Das soll, glaube ich, der Kater von Tweety sein. Ja, das sieht fast so aus, ne? Aber it's gut. Ist eine Statue, aber... Ist... Ja. Dreizack. Das ist der Frittenbudenmann. Das ist gut. Das ist der Frittenbudenmann. Das sieht eher aus wie Zeus von den griechischen Röptern. Achso, wo ist das Gesicht? What kind ist das so? Wo ist das Gesicht? Was ist denn das? Ne geile Statue. Roboman, oder was? Wow, mit P... Das ist explodiert. Ach ja. Das ist explodiert. Das explodiert nicht mal. Du baust sowas? Du bist mich verarscht. Das ist voll der Lütz. Das ist gut. Das ist meh. Das ist doch gar nicht. Wo ist denn der Kopf hier? Wo ist denn hier der Kopf? Oh, das macht gut. Echt jetzt ist explodiert? Ne, meinst du sie nicht explodiert? Ha, neidisch oder was? Komm. Hat gewonnen. Echt jetzt? Ich bin zweiter. Du hättest... Du hättest... Du hättest... Warte, du hättest den... Du hättest den Zeus'n Penis malen sollen. Ach, schädig dich. Ja, ne. Ne. Danke fürs Zuschauen. Das war eine weitere Folge Master Wellness. Das hat euch gefallen. Kommentare und Däumchen nach oben. Könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich versteh die Leute nicht, sorry. Ne. Ciao. Bis dann, ciao.